Von der Obersteiermark jetzt in die Weststeiermark, genauer nach Hitzendorf. Dort gibt es ein ganz besonderes Porsche-Museum. Nein, es geht nicht um rasante Autos. Die Firma Porsche hat einst auch Traktoren hergestellt. Und in Hitzendorf gibt es das größte Porsche-Traktorenmuseum Österreichs. Paul Prates hat es für uns besucht. Wenn Gerhard Lackner eine Ausfahrt unternimmt, dann tut er dies oft mit einem Porsche, einem Porsche-Traktor. Nur bei der Auswahl tut er sich schwer. Hat er doch 50 Exemplare, alle sind fahrtüchtig, in seinem Museum in Alt-Reiter-Reck in der Gemeinde Hitzendorf stehen. Sein vor kurzem verstorbener Vater hat in den 1960er Jahren den ersten Porsche-Traktor für den landwirtschaftlichen Betrieb gekauft und gleichzeitig die Begeisterung des Sohnes für diese Traktoren geweckt. So schnell waren sie nicht wie die Autos. Aber es sind teilweise, es hat es oft drei Übersetzungen gegeben, sind auch bis zu 40 kmh gegangen, war auch kein langsamer Traktor. Und ich muss auch sagen, Porsche, der Name Porsche zieht sich, so wie das Auto. Und auch von der Technik her waren sie sehr weit fuhren. Zwischen 1949 und 1963 wurden im Porsche-Werk in Friedrichshafen 120.000 Traktoren hergestellt. Hier sehen wir Firmengründer Ferdinand Porsche bei einer Traktorübergabe. Von den 50 verschiedenen Typen, die auf den Markt gekommen sind, steht jeweils ein Exemplar im Porsche-Museum in Hitzendorf. Zum Beispiel dieser Porsche 122, der als Feuerwehrtraktor in Hartberg im Einsatz war. Hinten hat er einen Hängel nebengehabt, da hat er die Schleicher oben gehabt und alles. Und da sind sie dort hingefahren, da ist die Saugleitung. Das hat von Bach oder von Hydranten rausgeholt und da ist die B-Leitung gewesen. Und dann haben sie nachher einen Druckerzeug und dann umzugespritzt. Manchmal macht die Familie einen Rundgang im eigenen Museum. Und Georg, der jüngste Spross, scheint sich bereits für die Gefährte seines Opas zu begeistern. Da der gelernte Mechaniker Gerhard Lackner auch ein Ersatzteillager für Porsche-Traktoren betreibt, finden sich hier auch immer wieder prominente Traktoren-Liebhaber ein. Ein weiteres Highlight ist der Porsche-Traktoren-Kalender, den Gerhard Lackner jährlich herausgibt. Das Porsche-Traktoren-Museum in Alt-Reiter-Reck bei Hitzendorf kann gegen Voranmeldung täglich besichtigt werden. Das Porsche-Traktoren-Museum in Alt-Reiter-Kalender